Und damit Willkommen in der nächsten Folge Ja, hallo und Willkommen Wir sind wieder hochmotiviert in der zweiten Folge jetzt hier mit Lien und Phallus van Mevere diesmal wieder Rage TD Tower Defense vom SC2 Bubblegum So, in der letzten Folge haben wir ja leider verloren aufgrund von mir In der letzten Folge haben wir zum Glück verloren Schlecht Da habe ich es nicht hingekriegt Das war nix So Diesmal habe ich aber vor es besser zu machen Verbesserungen 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 So Gucken mal im Format Hier, Gucken Hast du nichts mehr gebaut? Ja, Predies Achso, Predies Tja, ist ein bisschen nahm, ne? Deine scheiß Kanone Was Wenn ich raten müsste Und ich meine dass das so nicht klappt das so nicht Du Opfer Alter Ne, das kann man jetzt nicht nehmen Ey So schnell So schnell können 3 Folgen gehen So schnell können 3 Folgen gehen Best of free Ne So eine Kacke, Mann Ich dachte, er schießt automatisch zu schnell Ja, weil er ist der Tower ist, der alles kann Alles rennt durch Hahahaha Hahahaha Guck mal, ich habe doch einen günstigen hier So einen günstigen Drops hier für 100 Ne, komm Das, äh Hey, so ein Mädchen Komm, jetzt Zieh's doch durch Ich kann aber überhaupt nichts bauen Hahahaha Das ist mein Fuck Hahahaha Hauptsache, ich hole mir den Ich hole mir das Range Upgrade Ja, hallo Ich möchte ganz viel Range haben Hahahaha Natürlich habe ich das nur mit Absicht gemacht Um die Leute zu unterhalten Hahahaha 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 Er ist der Fun Map König Hahahaha Man nennt ihn auch Mister Nicht nur Mister Nydus Sondern auch Mister Fun Mabere Hahahaha Hahahaha Das ist richtig Das ist richtig Ne, da komme ich nimmer auf Marcio Da muss ich versuchen, dir die wegzuleeachen Hahahaha 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 Ja, das kann passieren, ne Alles kann nichts muss Ach ja So ist das, ne StarCraft Ein Spiel Wo es um die Skill geht Wie genau Wo die Grandmaster mit einer Millionen APM über die Tastatur fliegen Hahahaha Da sind wir genau richtig Hahahaha Hahahaha Mit bei Böem Deswegen, ihr guckt euch gerade das Gesicht von Phallus an Ah Mit der Wave sind wir eh Was soll ich sagen? In den Arsch Wie kann man nur so blöd sein? Wie kann man nur so blöd wie ich sein? Oh, boah, Dröpse 20er-Range Dröpse Äh, Dröpse Aber ich kenne euch nur das 20er-Range, der ist weg Das ist auf meinem Liedstower hier besser Ja, auf meinem Liedstower Ich sammle mir die Kotze ein Und dann schmeiße ich sie in den Öfen rein Ähm... Okay, jetzt sind wir Dorn Ja... Ich würde sagen, ich tipp schon mal das CG ein Red Plate Red Plate Haha Ja... Ich würde sagen, ich würde sagen... Ich würde sagen, ich würde sagen... Ich würde sagen, 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 ich würde sagen Untertitelung des ZDF, 2020